Hallo, hier ist ein unprofessioneller Bauer. Heute wachse ich unter Winterweizen. Die Leber-Sorte syngenta. Wächst ohne zu fliegen bis zu einer Tiefe von 20 cm. Weizen wird Heu nach Zwiebel sein. Die Erträge der Zwiebel waren aufgrund der Trockenheit sehr gering. Das ist meine Kultivierungsmaschine ohne zu fliegen. Das ist Bedinger Synchro 30-30. Dank ihm kann ich den Boden bis zu einer Tiefe von 5 cm bis 30 cm anbauen. Denn heute fällt stark und es nachts geregnet. Ich verwende natürliche Dünkelmittel auf der Welt. Hier habe ich 30 Tonnen Gülle für Brauch. Daneben ist mein Maisfeld für Getreide. Hier werde ich nächste Woche auch Winterweizen sehen. Mit von Grischen Grischen Hallo. Mit von Grischen Grischen Grischen. Untertitelung des ZDF, 2020